Hi Mama! Mama, die Mara kommt heute. Okay. So, ich geh mal nach oben. Ach, Mara kommt. Ich mach mal die Tür auf. So, supi. Hier, hi. Hi. Gehen wir in mein Zimmer? So, was wollen wir denn machen? Können wir mit dem Käpt'n Sagt spielen? Klar. Joy, Lea, Amanda. Wollt ihr mit uns Käpt'n Sagt spielen? Ja, klar. Warum nicht? Du sollst Mama sagen, dass wer sind sie denn? Okay, dann geh ich mal nach unten. Was machen sie denn da? Warum benutzen sie denn unsere Dusche? Joy, Lea. Nicht jetzt. Ja, sie ist in der Dusche. Oh Gott. Jessica Käpt'n Sagt, du sollst auf die Waage gehen und wir kommen mit. Du wiegst aber ziemlich viel, Jessica. Vielleicht solltest du weniger Süßes essen. Ja, lass den Kommentar. Mara. Mara, du solltest draußen rufen. Ich liebe dich, mein Baby. Ich will dich nie verlieren. Hi, Baby. Ich liebe dich. Ich will dich nie verlieren. Amanda, du solltest mal gehen zu Mama und sagen, dass sie halt einen neuen Mann braucht. Hi, Thea. Du brauchst unbedingt einen neuen Mann, weil die dort oben brauchen dringend einen neuen Vater. Vielleicht ordentlich was zulegen oder so. Das war schon gut. Hey, Schluss mit dem Quatsch. Das geht dich überhaupt nichts an. Die war so genervt, oh Gott. Kinder, was macht ihr hier denn überhaupt? Wir spielen Käpt'n Sagt. Okay, Käpt'n Sagt, das ganze Haus putzen bitte. Ach, nö. Kein Bock. Na, ciao, Mara. Ciao, Jess. So, ich geh mal in mein Zimmer. Hi, Mara. Käpt'n Sagt, bring deiner Bestie nächstes Mal eine Überraschung mit. Ja, ja, das klappt doch. Jawohl, selbst nicht. Auf keinen Fall. So, hi, das war's jetzt mit dem Video. Ja, habt ihr denn schon mal Käpt'n Sagt oder wie das auch immer heißt in dieses Spiel gespielt? Also, ich hab das natürlich sehr, sehr oft gespielt als kleines Kind. Und ja, jetzt in diesem Video halt. Wie heißt das Spiel echt? Also, wir nennen das immer bei unserer Familie Käpt'n Sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Aber wie heißt es denn bei euch? Heißt es genau Käpt'n Sagt oder was anderes? Schreibt's mal in die Kommentare. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.